Halli, hallo und willkommen zurück, liebe Freunde, bei Sons of the Forest. Ja, im letzten Part war es heftig. Also wir haben erstmal die Machilte gefunden, aus reinem Zufall, unten am Strand. Und wir haben auch einen Dorfkrieg geführt gehabt, weil Flickflack-Klaus wieder da war. Alter, ich weiß gar nicht, was da los war. Ja, wir haben auch die Maske getragen und guck mal da unten, da ist eigentlich unsere Strandplätze und wir sind schon so weit oben. Ey, im Zugeben, die Insel ist echt so dermaßen abwechslungsreich. Die Aussicht ist auch geil. Also ganz ehrlich, hier würde ich auch später mal ein Lager bauen, irgendwann mal vielleicht. Das kannst du eigentlich überall bauen, wenn man mal ehrlich ist. Aber irgendwie der See, der hat irgendwie auch für mich was Besonderes. Wenn man nicht Zufrieden hat, dann könnt ihr Eingeborene auch übers Wasser laufen. So, wir sind nämlich immer noch auf dem Weg. Alter, guck mal, da ist auch noch ein Bunker da hinten. Wir haben jetzt schon vier Bunker auf der Karte, die wir noch nicht besucht haben. Einer da ganz weit in der Entfernung, denn hier zwei. Und dann ist auch noch der eine und vielleicht dahinter auch noch ein weiterer, laut Karte. Also, es gibt extremst viele Bunker. Das ist ja mega krass. Und zu dem einen, der bei uns unter dem Haus ist, müssen wir auch nochmal rein, wegen der Tür. Und deswegen... Joa, machen wir das später. Mal gucken, was da drin ist. Boah, geil. Boah, und ich muss so gehen mit der Machete, ne? Wir können die Eingeborenen jetzt generell sehr schnell besiegen. Also, oder besser gesagt, die Kannibalen können wir es auch besser besiegen. Weil die Machete ist einfach sehr, sehr effektiv gegen die... Also vorhin gegen Kannibalen, ne? Da muss ich mal so loswerden. Oh. Shikori? Ja, ja, ja. Da gehe ich jetzt mal nicht hoch, weil da geht es ins eisige Schneegebiet. Ich weiß nicht, was man bei dem Bunker findet. Vielleicht muss man da wieder was ausgraben. Das werden wir sehen. Und der Herbst, der kommt auch mal immer weiter hier rein. Boah, guck mal, wie tief es da runter geht. Hm? Ist da jemand? Nö. Ich dachte schon, da wäre jemand. Also man sollte irgendwie am Anfang am besten die Machete gleich finden, wenn man am Strand abstürzt, ne? Das ist voll der gute Tipp eigentlich. Also falls ihr am Strand abstürzen solltet, dann, äh... Was ist das jetzt hier in Richtung des Berges mal laufen? Also den Strand immer noch entlang. Also bei der Wüste meine ich. Und sagen wir mal genau, wo mein Pfeil hinzeigt. Schau mal auf der Karte. Also genau auf das GPS. Da, wo der Pfeil hinzeigt. Da an dem Strand ist die Machete. Da, wo der Pfeil hinzeigt. Genau da. Da muss ich nicht immer Strand unten gucken. Da findet ihr die Machete bei einem Zelt. Weil es ist aber so ein klein Lager. Oh. Und die könntest du dann besorgen. Scheiße, kriegen die ja Besuch hier. Hilfe. Ich gehe mal weiter. Boah, und von da unten geht es ja auch noch weiter, ne? Da machen wir so nach unten. Alter, der Wind wieder. Ach, scheiße. Das ist schon ganz so crazy. Okay, okay, okay. Ich renne mal ein bisschen damit, äh, es da mal schaffen. So laut Karte ist hier auch gar keine Höhle verzeichnet. Okay. Boah, es wird dicht bewachsen hier alles. Aber der Wind, der Wind ist krassig. Ich mag den gar nicht. Der ist immer noch sowieso kaputt an. Wir haben auch Herbst, ne? Das ist generell ein bisschen weniger. Okay, kann ich nicht kaputt machen. Alter, wo es da hinten hingeht. Heftig. Boah, ich muss mal ein bisschen leiser stehen. Jetzt denke ich mal, ich muss mal schreien. Guck mal, der eine Bunker ist da hinten am Strand. Okay. Aber ich glaube, nach dem Bunker will ich jetzt mal nach Hause gehen. Also zu unserem See wieder, damit wir mal wieder weiter bauen. So. Müssten vielleicht da sein. Die anderen Bunker, wir haben ja eine Zeit. Wir lassen uns einfach Zeit. Wir haben also so noch die anderen Höhlen, die wir auch noch alle durchforsten müssen. Und das werden wir bestimmt so suchen, wann später noch weitere Bunker und weitere Höhlen noch hinzugefügt bestimmt. Das kann ich mir gut vorstellen. Alter. Da unten? Äh. Ich glaube, wenn ich hier runterfalle, bin ich tot. So, wie komme ich denn hier runter? Ich weiß es gar nicht. Oh mein Gott. Komme ich hier runter? Nee, ne? Ich bin locker in 80 Metern Höhe bestimmt. Also, wie komme ich denn hier runter? Da bin ich hundertprozentig tot. Ah, du Scheiße. Was ist das hier? Das sieht voll komisch aus. Das sieht mega komisch aus, da unten. Von diesen ganzen Sandflächen da. Das würde ich mir gerne mal angucken. Wie riesig das Areal ist. Guck dir das mal an. Oh, hier haben wir einen kleinen Grafik-Bug. Den müssen wir noch fixen. Und hier kommen wir runter. Okay. Ach, du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, hier kommen wir ja super runter. Scheiße. Wo bin ich doch tot? Oder? Ah, oh Gott. Okay, wenn wir uns hier dran halten, dann kommen wir hier irgendwie runter. Alter. Oh. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Wir müssen jetzt hier runter. Scheiße. Okay, dann können wir hier drauf landen und... Autsch. Okay, wir haben es geschafft. Boah. Aber was ist das hier? Das sieht voll interessant aus. Oh, Besuch. Autsch. Ach guck mal, die trägt auch Rüstung und... Alter, sind das viele. Okay, die Kannibaren bereiten sich jetzt auch vor. Auf den großen Kontrikt. Auf der Insel. Also, gegen mich natürlich. Scheiße, ich habe keine Ausdauer mehr. Oh, das war daneben. Boah, Hilfe. Okay. Wie schnell das hier ist, ne? Man hört nichts. Und der eine haut wieder ab. Okay. Und der andere frisst gerade wieder. Ich muss drücken, ich finde die Bewegungen von den Kannibalen immer noch ein bisschen komisch. Aber okay. Aber warum ist hier Sand? Was ist das hier? Oh, eigentlich ein Windchen. Boah, das sieht echt beeindruckend aus. Und wir sind extrem weit von unserem Zuhause entfernt, ne? Hier sind auch kaum Bäume. Hier ist kaum irgendetwas. Hier sind wieder irgendwelche Wege. Und da unten ist der Bunker, okay. Ach, das ist ein Golfplatz. Oder ein Golfareal. Das sah halt auch ein bisschen aus, den Golfplatz von oben, ne? Das kam mir so ein bisschen vor. Das ist eine Golfanlage. Wir haben auch Golfbilder gefunden. Kann ich Golf spielen? Das wäre schon ziemlich cool, ne? Alter, das ist geil. Es müsste doch irgendwo einen Golfschläger geben, oder nicht? Ja, das kann wirklich sein. Wir müssen erst mal den Bunker finden. Alter, die Sony, die blendet gerade das Display. Der Bunker müsste laut Karte hier irgendwo sein. Also, wie fahre ich die Stelle hier, ne? Komm, wir müssen mal Golf spielen. Falls das gehen sollte. Das ist ja mega geil. Äh, was hier? Ach, da. Okay. Ja, hab ich mir schon gedacht, dass wir hier kramen müssen. Ich frag mich, was da drin ist. Ich frag mich wirklich, was da drin ist. Mit dem Bunker. Wer findet man denn? Ein Golfschläger. Also, die Gitarre, glaube ich, ist zwar nicht, aber... Vielleicht ein Golfschläger. Oh, ein Knochen. Das ist bei der Archäologe hier. Ach, da oben. Willst du mit mir Golf spielen? Ne, leider nicht. Der geht wieder. Alter, wie krass. Hier, ich mach gerade das neue Golf... Golfloch hier. Alter. Ich find das mit der Schaufel echt gut umgesetzt, ne? Hab ich das schon mal erwähnt? Ich weiß es gar nicht. Boah, wie langsam er jetzt auch... Hier hochhebt. Okay, der geht jetzt nicht weiter. Dann hier. Okay, krass. Boah. Das ist ganz schön schwer hier. Vielleicht ist das eine unterirdische Golfanlage. Das kann ja wirklich sein. Mal gucken. Siehst du, da haben wir was für den Schotten auf jeden Fall gefunden. Ja, der Schotte spielte sehr gerne Golf. Das würde ich das jetzt einfach mal sagen. Okay, das muss man diesmal schon viel ausgraben. Ach du Scheiße. Was war denn noch? Das ist ja gar kein Ende. Noch ein Knochen. Ich grabe die ganze Zeit neben der Tür. Ich grabe diesen... Den Beton da aus. Die Tür ist hier. Ja, super. Ach, da oben. Ich dachte schon erst so neben mir einer laufen. Aber dem ist nicht so. Wir machen mal weiter hier. Das wird schon... Alter Schwede. Ja, und weg. Und... Ja, und nochmal weg. Und nochmal einmal. Jawohl. Und das muss auch weg. Ja. Ja. Das ist ganz schön schwer hier. Komm ich da jetzt rein? Nee, noch... Da komme ich noch gar nicht rein. Ich muss noch das hier wegmachen. Boah, ganz schön schwer. Oh Gott. Und... Ach ja. Jetzt komme ich rein. Okay. Ich glaube, da ist eine Golfanlage drin. Ich weiß es nicht, aber ich vermute es mal. Maintenance C. Ach, bei dem anderen war, glaube ich, A gewesen, ne? Vermute... Bei der Feuerwehr-Axt war da A. Ich glaube, da war A, ne? Das müsste... Das ist offenbar C. Das heißt, es müsste dann auch irgendwo noch B geben, ne? Ja. Das auf alle Fälle und... Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Das müssen wir uns mal genauer angucken. Und was kriegt man denn hier? Man hat ja bisher in jedem Bunker irgendwas bekommen. Und irgendwie macht mit der Bunker bisher am meisten Angst. Alter, guck mal. Alter, da hinten ist es so dunkel. Da war ja selbst der 3D-Drucker ja sogar noch für harmloser. Das war der große Bunker. Das Licht flackert hier. Es tropft Wasser von der Decke. Es ist alles düster. Und hier ein komisches Brummen. Ach krass, guck mal, hier wird eine Wohnung gerade eingerichtet. Oh, hier ist rote Farbe. Lol. Wir haben einen Revolver gefunden. Okay. Krass, wir haben den Revolver. Revolver-Munition. Ah, guck mal, hier wird gerade eine Wohnung eingerichtet. Und... Schade, dass ich die Farbe nicht nehmen kann. Dann würdest du denken, ich wäre einer von denen. Es ist aber genauso aufgebaut wie die anderen Bunker, ne? Mit dem 3D-Drucker, der bei uns neben dem See ist. Das ist vor unserer Haustür. Und hier ist eine alte Haustür, okay. Ach du Scheiße. Hier sind wieder so Generatoren. Okay. So, gibt es das außer in der Revolver gar nichts? Ich glaube nicht. Okay. Hier ist wirklich nichts. Gar nichts. Ist einfach nur so ein Schlafraum da, der noch nicht mal fertig ist. Das heißt, der Bunker ist noch relativ neu. Im Gegensatz mit den anderen. Okay. Das ist ja crazy. Kann ich das mitnehmen? Ne, das sind die Schläuche. Tja, das war's dann wohl. Aber wir haben einen Revolver gefunden. Okay, das ist ja schon mal was. Krass. Aber besser ist nichts, oder? Wäre hier nichts drin gewesen, hätte ich den vielleicht mit ein bisschen, naja, lame gefunden, aber... Der war ganz gut. So, der Revolver, der müsste... Da ist er. Habe eine weitere Pistole. Ich mach mal einen Testschuss. Wie im Wilden Westen. Sehr schön. Müsste aber auch stärker als die normale Pistole sein, weil ich glaube, eine Revolver ist generell stärker. Das aus dem Bunker können wir das eigentlich komplett ignorieren, weil da ist nämlich nichts mehr. Da haben wir noch einen, da hinten ist noch einer und dann noch einer ganz weit, ganz weit da hinten. Am anderen Ende der Insel gefühlt. Ach, guck mal. Komm, können wir gleich mal testen hier, wie der Revolver ist. Kubaruta da. Okay, der Revolver ist auch ganz schön kräftig, das muss ich echt mal sagen. Der gefällt mir gut. Was ist denn das da hinten eigentlich? Der hat irgendwas komisch geleuchtet da hinten. Ich glaube, da ist aber nichts. Ne, von da sind wir auch gekommen. Eine Frage, kann ich mit der Schaufel eigentlich auch ein bisschen was hier weggraben eigentlich so? Also hier normal? Ja, das geht natürlich. Sehr cool. Aber wie tief kann man denn überhaupt graben? Das würde mich mal interessieren. Ach, da finden wir sogar Gegenstände drin. Sehr cool. Das ist ja geil. Okay, ich gehe mal wieder hier lang. Wir müssen eigentlich sogar nur den Weg da folgen erstmal für eine Weile. Dann brauchen wir eine kleine Nachtwand unten mal wieder. Haben wir das auch schon länger nicht mehr gemacht. Dann nehme ich mal schnell die Machede. Und dann weiter durch die Finsternis der Nacht. Okay, da vor allem müssen wir links abbiegen. Willkommen bei Slender. Ne, natürlich nicht. Ich stehe mal vor, den würde es hier geben, ne? Das wäre schon krass. Das heißt, die haben halt auch so wirklich einen Golfplatz hier draußen. Das war halt anscheinend mal eine Insel, einfach nur für irgendwelche Mitarbeiter. Das heißt, auch einige von den Eingeborenen sind wahrscheinlich einfach nur irgendwelche Mitarbeiter mal gewesen. Weil einige von denen noch normale Kleidung tragen. Doch, garantiert. Das waren mal Mitarbeiter. Die wurden halt alle von unten ein Artefakt oder sowas erwischt. Weil die tragen ja nicht ohne Grundkleidung. Einige von denen. Bei der anderen Insel waren das, ähm, waren das schon Eingeborene. Aber hier sind das etwas andere Eingeborene. Würde ich erstmal so behaupten. So, wir müssen den Weg hier folgen. Laut Karte. Da kann man sich immer ein bisschen orientieren hier. Bei dieser Atmosphäre, ne? Das ist echt viel größer als im ersten Teil. Beim ersten Teil hat man sich nachts irgendwie schon ein bisschen dran gewöhnt. Nach, nach den ganzen Jahren. Aber hier? Hier ist es echt nochmal was anderes. Das sieht wirklich jedes Mal echt gruselig aus, ne? Wenn man hier so nach links und rechts guckt. Und irgendwo lauert da bestimmt einer. Weil die Insel halt auch nur so groß ist, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Die ist halt vier bis fünfmal so groß wie die alte. Ja, ich bin durstig. Ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter. Vielleicht kommen wir an einem Teich vorbei. Oder an einem See. Mal gucken. Was war das? Oh, scheiße. Das ist ein komischer Wind. Oh, es geht nicht. Scheiße. Ach, die Kacke. Ach, du Scheiße. Ich weiß gerade echt nicht, wo wir hier sind. Ich gehe jetzt einfach mal weiter hier. Sacken Karten. Ach, du Scheiße. Da gehen wir lieber zur Strandbasis erst mal. Das ist demnächst nie vorne lang. Oh Gott. Ach, da vorne. Boah, ist das wie ein Trailer. Wo seid ihr denn? Na, ich gehe mal lieber weiter. Scheiße. Das ist einer. Hier ist ein Stein. Aber ich bin jetzt ein bisschen hier so blank. Ach, shit. Wer ist hinter mir? Ich kann ihn aber nicht sehen. Ach, da. Ja. Ach, du Scheiße. Ich habe keine Energie mehr. Ich sollte mal lieber weiter. Ich gehe weiter. Schnell weiter hier. Warte, warte, warte. Ich muss bloß was trinken und was essen. Damit ich hier durch die Nacht komme. Ach, du Scheiße. Okay, das können wir weitermachen. Ja, ich weiß. Ich gehe jetzt einfach weg von dir. Oder? Oh, warte mal. Ich will mal was ausprobieren, weil wir gerade auf dem Berg sind. Nein, nicht das. Kommt der? Wir haben ja den Schlitten, ne? Kommt, wir rutschen mal damit runter. Oh mein Gott. Ich lasse gar nicht, wenn wir dann ankommen. Ist das der Strand? Das ist der Strand. Guck mal. Ach, du Kacke. Wie sind wir denn hier gelandet? Oh nein. Wir haben einen eingebuchteten Strand gefunden. Boah. Der ist voll zwischen den Klippen. Guck mal. Scheiße. Es wird auch zu regnen. Sollen wir denn erstmal hierbleiben? Ich denke mal, das können wir. Ach, jetzt müssen wir nach Hause schwimmen. Aber ich glaube, das ist keine so gute Idee. Ich weiß nicht, ob hier Haie sind. Ne, das speichern wir erstmal hier. Wir sind auch schon wieder in der Zeit. Wir sind mitten im Nirgendwo. Und ja, wir machen das mal schnell. Ja, wir haben Revolver gefunden. Wir waren beim Golfplatz. Und vieles, vieles mehr. Es ist, Alter, es ist das Spiel, ne? So viele Überraschungen. So viel Neues. Und im nächsten Part geht es hoffentlich weiter. Und wird auch nach Hause mal gucken. Bis dann erstmal, ne? Tschüss. Bis dann. Vielen Dank.